Na endlich, es geht auch mal wieder nach oben, der DAX hat es gezeigt und wir werden gleich die Amerikaner uns nochmal angucken. Die Bewegung ist ganz schön deutlich nach oben gegangen, jetzt in den letzten vielen Stunden. Wir hatten ja gestern schon mal, zumindest mal im späteren Verlauf, wir sehen das hier im DAX Future, erstmal einen Anstieg. Zwischendurch mal eine Pause, natürlich und jetzt heute Nachmittag dann abermals nochmal einen Anstieg, nochmal einen letzten starken Anstieg. Dann 14.30 Uhr, wir können nochmal ganz kurz gucken, was war denn da nochmal los. Die US-Arbeitsmarktdaten, ein wichtiges Datum, nämlich immer am ersten Freitag des Monats kommen die US-Arbeitsmarktdaten und die sind wie folgt ausgefallen. Ihr seht jetzt, die Arbeitslosenquote ist gestiegen, das ist ja schon mal eine Änderung gegenüber der Erwartung. 5, nein Entschuldigung, 3,5 war erwartet worden, 3,7 ist es geworden. 315.000 neue Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft, den Non-Farm-Payrolls, etwas mehr als erwartet wurde, aber deutlich weniger als zuvor. Ja, was hat das jetzt zu bedeuten, was müssen wir jetzt daraus erwarten? Ich habe keine Ahnung, ihr wisst, ich bin doch der, der keine Ahnung davon hat, was das bedeutet. Ich weiß aber, was die Marktteilnehmer glauben. Die glauben nämlich, dass das eine gute Nachricht ist für die Börse und haben dementsprechend den Kurs nach oben erstmal gezogen. Wunderbar. An der Stelle, wer jetzt sagt, ja, aber wenn ich das vorher gewusst hätte, die Nachrichten lesen kann, dann hätte ich doch schon. Ne, hier kommt man traditionell nicht gut rein in den Markt, weil einfach sehr viel Volumen ganz, ganz schnell abgewickelt werden will. Also selbst, wer hier ganz schnell gedrückt hätte, kriegt typischerweise deutlich teurere Preise, als man sich die idealerweise vorstellt oder wünscht. Nichtsdestotrotz, wir sind in einer Aufwärtsbewegung. Immerhin, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe es hier oben nochmal in der Andeutung. Und ihr habt hier eine Geschichte, die ihr in mehreren, in vielen Tagescharts jetzt gleich wiederfinden werdet. Nämlich etwas wie ein Hammer. Den hatten wir gestern. Blöderweise bin ich heute mit dem Video reisebedingt natürlich zu spät. Der Tag ist ja schon mitten am Laufen, aber ihr seht, das ist eine typische Umkehrkerze. Vorsichtig, wenn der Kurs von oben kommt, jawohl, ist er ja. Also insofern, das ist eine Chance für einen Dreh. Ich bin jetzt kein Riesenfreund davon, im Sinne von, guck, das ist der Beweis ab jetzt, DAX 20.000. Es ist aber zumindest erstmal ein Zeichen, dass zumindest ein bisschen eine Wende mal zu erwarten ist. Ihr seht hier das Umgekehrte. Machen wir gleich ein bisschen Ausbildung mit dazu. Das nennt man einen Shooting Star. Das heißt, an der Stelle ist die Überlegung, dass der Kurs als nächstes nach unten geht. Weil der Kurs kam von unten. Dann haben wir diesen Tail auf der Oberseite. Die Erwartungshaltung, dass der Kurs, ich mache das mal groß hier für euch, nach unten geht. Wenn wir uns das angucken. Ja, es geht nach unten. Es ging nach unten, ist besser formuliert. Also es ging nach unten. Aber ihr seht schon, die Nachhaltigkeit der Abwärtsbewegung war dann doch sehr eingeschränkt. Wer also jetzt voller Begeisterung sagt, Mensch, klasse, jetzt haben wir doch das Zeichen, dass der Kurs endlich richtig drehen kann nach da oben. Also das kann der arme Kerl hier nicht. Der sagt, ein Dreh. Aber über die Länge hat er überhaupt gar keine Aussage. Also bitte das nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz haben wir aber natürlich eine Chance für eine Gegenbewegung. Und deshalb ist es ganz entscheidend, wie ist denn dieser Anstieg hier ausgefallen? Hier sehen wir im Tageschart, ja, hier den Hammer und hier heute eine grüne Kerze. Für mich ist aber relevant, wie sieht denn die Bewegung aus? Und je, Entschuldigung, je stärker die Bewegung ist, in eine Richtung. Und je mehr wir so etwas wie eine dreiwellige Korrektur haben oder irgendwie was Wackeliges in der Form, könnte auch sein, dass das hier alles auch noch mit dazugehört in diesem Korrekturbereich. Aber eigentlich kann man sagen, naja, das ist jetzt hier ja erstmal so eine Korrekturpause, hinten nochmal steil nach oben. Mensch, das sieht doch super aus. In der Tat, bis dahin auf jeden Fall. Und solange wir oberhalb dieser Tiefs hier ungefähr bleiben, ich sage bewusst ungefähr, weil ich muss gestehen, so richtig Ahnung weiß ich auch nicht, ob ich den nehmen soll oder den. Und da will ich mich jetzt persönlich noch nicht mal festlegen. Aber diese Zwischentiefs, die wir hier haben, ich mache auch das nochmal groß, muss mir das angewöhnen hier für euch. Die Marke ungefähr 12.750, etwas drunter. Vielleicht auch erst 12.710 in etwa. Wenn der Kurs da durchgeht, ja, dann sehen wir ziemlich wahrscheinlich auch nochmal ein neues Tief hier unter der 600er Marke. Da bin ich mir relativ sicher, denn dann wäre das hier bloß eine buntige. Nein, das hier bloß ein Dreiweller. Denn wir haben jetzt schon, wieso jetzt Dreiweller? Na, egal wie ihr es seht, das ist hier eine Pausenzone gewesen. Vorher schnell, hinten schnell. Nehmen wir mal an, er dreht jetzt und geht hier durch. Dann ist das definitiv ein Dreiweller. Und dann sehen wir tiefere Tiefs. Und wenn wir die sehen, dann gehen wir noch wieder eine Zeitebene drüber. Dann sehen wir wahrscheinlich auch nochmal, dann müssen wir sogar hier hingucken, diese Tiefs nochmal. Also ihr seht, solange der Kurs hier oberhalb dieser Marke bleibt, ist alles erst nochmal safe. Im Gegenteil, wenn hier Pause ist, der Kurs danach einen Schub hoch macht und irgendwann wieder Pause macht. Also gar nicht das Ding hier angreift, sondern eine Pause macht und danach nochmal hoch geht, dann wären wir ja sogar überlappungsfrei nach oben. Also ich sehe zumindest vorläufig eine gewisse Chance, dass die Aufwärtsbewegung weitergeht, solange die Abwärtsbewegungen korrektiv sind. Ein echter Warnhinweis wäre in dieser Zone, die ich eben genannt habe, so 12.700, 12.750. Wenn er da durchgeht nach unten, dann glaube ich, dass nicht nur die 12.600 fällt, sondern dann bin ich fast der Meinung, ja, dann steuern wir auch die 12.400 nochmal an und gerne auch von unten. Zumindest mal gerne im Sinne von typischerweise auch von unten. Wie sieht es bei den Amerikanern aus? Denn der deutsche Markt macht ja auch ungern etwas ohne Amerika. Wir sehen auch hier, wenn wir diesen Chart uns angucken, hier diesen Hammer als Wendeanzeige. Ihr seht hier zum Beispiel einen anderen Hammer und da seht ihr, das kann sehr lange gehen. Also wer jetzt sagt, das geht immer nur ganz kurz, nein, nein, das kann ein Start für eine lange Bewegung sein. Das wird sich aber hier rauskristallisieren und das hängt jetzt wieder davon ab, wie diese Bewegung weitergeht. Ob diese Bewegung tatsächlich es schafft, sich weiter erst nochmal nach oben mit korrektiver Bewegung nach unten fortzusetzen und weiteren Anstiegen. Mein Hinweis hier an der Stelle, weiterhin ist es korrektiv nach unten, ja, dann die Fortsetzung nach oben. Und die echte Chance, geil, vielleicht kriegen wir ja sowas wieder und es wird wieder alles gut und es war alles nur ein böser Albtraum. Auszuschließen ist das nicht. Hängt aber sehr stark auch davon ab, ob wir sowas bekommen. So ein Verhaltensmuster. Behaltet das im Auge. Auch bei den Amerikanern gibt es diese Zwischentiefmarke, die ich idealerweise eigentlich nicht mehr durchstoßen haben möchte. Es gibt komplizierte Fälle, dass das so eine A, B, C Korrektur ist, die lasse ich im Moment mal außen vor. Mit Sicherheit könnt ihr aber sagen, je wackeliger es nach unten ist und eben nicht mehr diese Marke, das habe ich jetzt toll gezeichnet, je wackeliger es nach unten geht und nicht diese Marken da unten durchstößt, desto größer sind die Chancen, dass sich die möglichst steilen Bewegungen nochmal nach oben fortsetzen. Ich muss aber, und jetzt schalten wir das mal in groß, dazu sagen, gucken wir uns mal die an. Die ist natürlich deutlich steiler als diese Abwärtsbewegung. Die ist jetzt wieder ziemlich klar korrektiv, dreiwellig und so weiter. Aber jetzt gucke ich mir mal das da, das da, das da. Also ich hätte, wenn er das hier durchstoßen hätte, nicht mal gemault, wenn jemand gesagt hätte, ich habe mal einen Short aufgemacht. Denn das sah schon ganz schön korrektiv aus. Da das aber noch korrektiver ist und er ja noch nicht mal versucht hat, irgendwie die zu brechen, würde ich im Moment eher von der bullischen Seite ausgehen und auch von einer Fortsetzung eher nach oben. Also für die Intraday-Händler unter euch, für die Freunde des kurzen Trades, vielleicht sogar heute im Laufe des Nachmittags abends nochmal im 5-Minuten-Chart oder vielleicht sogar im Minutenschart, je nachdem, was ihr gucken wollt. Ihr müsst das nicht im Minutenschart handeln, aber gucken einfach, ob ihr sowas bekommt, so ähnlich wie hier und anschließend sowas Korrektives, das fände ich total klasse. Das würde mir eine gute Indikation geben für nochmal steigend. Also im Moment sehe ich keinen Druck für die Short-Seite, dass da sich irgendwie was nach unten entwickeln muss, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Hier seht ihr übrigens auch nochmal Schub nach oben, sogar fünfwellig. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C runter. Da hat man zumindest da vorne erst nochmal einen ganz guten Eindruck gehabt. Immer daran denken, A, B, C oder 3-wellig ist klassisch Korrektiv. Das muss nicht immer sein, aber wenn ihr was 3-welliges habt, messt immer dann vom höchsten zum tiefsten Punkt. Ich mache das mal ganz kurz mit euch. Also hier haben wir den relativ starken Anstieg, höchster Punkt, tiefster Punkt der Gegenbewegung, das ist 3-wellig. Höchster Punkt, tiefster Punkt, da hätte ich es nicht erkannt, da hätte ich nichts draus gemacht. Hier ist es ein bisschen tricky, das gibt sowas wie Seitwärtskorrektur, dass das 3-wellig ist, lassen wir aber mal außen vor, ist kompliziert. Höchster Punkt, tiefster Punkt, 3-wellig. Also wieder ein klares Anzeichen für weiter nach oben. Ja, höchster Punkt, tiefster Punkt, da kann ich es nicht gut erkennen, hätte ich nichts draus gemacht. Höchster Punkt, tiefster Punkt, 3-wellig. Also ihr seht, auch wenn ihr noch nicht so richtig Ahnung habt, was will der Mann uns sagen hier, achtet immer da drauf, wenn ihr dieses 3-wellige Verhalten habt, messt immer höchster bis tiefster, ihr könnt auch tiefster bis höchster messen, das spielt gar keine Rolle, in welche Richtung das geht. Immer wenn ihr dieses 3-wellige Verhalten habt, also zack, tiefster bis höchster Punkt, und dann seid ihr 3-wellig, okay, dann ist das eher ein Zeichen, dass wir noch nicht auf der starken, sondern auf der abwärtsseite. Nicht jeder davon wird dann als positiver Trade umsetzbar sein. Bitte nicht hyperventilieren im Sinne von geil, ab jetzt werde ich reich, die Logik habe ich verstanden. Aber es ist eine gute Indikation, um eher zu verstehen, in welche Richtung das entsprechend geht. Im Moment geht die Richtung nach oben, beim S&P ist das Bild nicht großartig anders. Weder für die Kerzenfreunde hier, auch hier gibt es diesen Hammer, den gab es gestern. Wir haben das Ganze im Moment erstmal angegriffen. Wie weit das jetzt trägt, achtet da drauf, je steiler es hoch, je wackeliger es runter, beziehungsweise hier, jetzt haben wir es doch 3-wellig, der malt es doch auch gefällig so, 3-wellig hier runter geht, desto eher haben wir hier dann die entsprechende Fortsetzung nach oben. Ich muss aber sagen, genau genommen gefällt mir so diese interne Struktur auch nicht so ganz super, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann es vielleicht dann sich noch rausreden, ja, weil die Börseneröffnung, das hat er jetzt mal kurz vorweggenommen, dann wieder zurück, ja, aber finde ich immer alles nicht so schön. Trotz alledem, es gibt jetzt im Moment keinen Short-Grund jetzt hier, also achtet immer drauf, wenn ihr Indikationen bekommt, was ist die Scharfrichtung, oder von mir aus auch Kerzenmuster, ja, dann habt ihr eine Idee, was ihr nutzen könnt, um vielleicht Einstiege dann eben zu starten. Das ist übrigens nicht nur auf Tagesebene, ihr könnt das hier auch im 4-Stunden-Chart. Hier haben wir ebenfalls auch fast so eine Hammer-Funktion. Kleiner Körper, Tail auf der Unterseite, ihr seht, das hier ist eine Wendeanzeiger für, also vorher abwärts, Wendeanzeiger für Long. Vorher abwärts, Wendeanzeiger für Long. Ja, also solche Indikationen könnt ihr natürlich auch immerhin nutzen. Wir sind also innerhalb dieser Überlegung absolut auf dem, naja, auf dem Weg nach oben. Und es gibt im Moment an dieser Überlegung nichts auszusetzen. Rüdiger, könnte das nicht dreiwellig sein? Richtig, das kann dreiwellig sein. Ja, wann ist ein dreiwellig? Wenn er da durchgeht. Dann weiß ich, das ist auf jeden Fall da. Ich habe schon eine frühe Ahnung, wenn er da durchgeht, das hat er knapp noch nicht gemacht. Aber für mich als Trigger ist normalerweise die Unterseite dieser Geschichte, denn dann ist auf jeden Fall diese Überschneidung da. Beim Nasdaq ist es grundsätzlich ähnlich. Hier war diese eine, wie ich finde, nicht so tolle Situation. Ansonsten, wenn ich diese Bewegung und diese Bewegung miteinander vergleiche, weiß ich, welche die wackeligere ist, weiß ich in etwa, was meine Lieblingsrichtung ist, nämlich die sollte vorläufig nach oben sein. Das ist die starke Bewegung, das ist eine Korrektivbewegung. Fortsetzung nach oben. Wer es schon genutzt hat, super. Wer es verpasst hat, seid da überhaupt nicht traurig. Geht auf eine kleinere Zeitebene, 5-Minuten-Chart beispielsweise, geht auf einen 1-Minuten-Chart, das spielt gar keine Rolle und wartet darauf, bis ihr irgendwo einen starken Anstieg habt. Jo, hätten wir gerade einen da. Und etwas Korrektives, gerne 3-welliges, starken Anstieg, 3-wellig nach unten. Ich mache es nochmal weg, dass man es sieht. So habt ihr eine Idee, da ist eine Chance, dass sich das Ganze nochmal fortsetzt. Es ist sehr vereinfacht, aber wir machen das jetzt einfach mal als Übung zum Wochenausklang. Sucht diese Gelegenheiten, wenn ihr sie findet. Habt ihr eine ganz klare Richtungsvorentscheidung und habt zumindest schon mal einen Filter, in welche Richtung ihr euch orientiert, wenn nicht sogar schon einen richtigen Trade, den ihr darauf platzieren könnt. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Und viel Spaß beim Selbergucken und natürlich viel Erfolg beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal.